Hey Leute, herzlich willkommen zu DIRT Rallye Part 5 oder so, keine Ahnung wo wir jetzt sind. So, ich werde jetzt hier wieder fahren. Das wird mir wieder fahren. Ja, ich glaube es lag an der Festplatte. Ich habe nämlich auf der zweiten Festplatte wenig Speicher. Deswegen dachte ich mir, nimmst du mal auf deine Hauptfestplatte jetzt auf. Ja, gut, dass wir jetzt so einen Mast vor der Fresse haben. Habe ich gedacht, nimmst du mal auf die Hauptfestplatte auf, wo die Spiele und sowas installiert sind. Ist nicht, die schreibt zwar 200 MB, ich wollte schon Gigabyte sagen. Das wäre schön. Die schreibt zwar 200 MB, die kriegt auch alles hin. Aber irgendwie hat die das nicht hingekriegt. Jetzt nehme ich auch der zweiten Festplatte auf. Habe da ein paar Sachen gelöscht und jetzt geht alles wieder klar. Und ich übersteuere mal wieder. Und das geht nicht so klar. Aber bis jetzt bin ich zufrieden hier. Vielleicht kriegen wir hier unsere Zeit wieder hoch. Dass wir hier diese... Oh, shit! Bin ich über 90. So, ein bisschen konzentrieren. Ich hoffe, dass der Wagen jetzt nicht hier... So, okay. Ich habe gerade nicht stabile 60 FPS. Keine Ahnung, woran das liegt. Vielleicht liegt es an der zweiten Festplatte, die schreibt maximal 60 MB. Was ziemlich wenig ist. Das ist zwar keine SSD oder so, aber wenn man den vergleicht mit 200 MB, HDD... Und ich gehe in die Leitmache... Ja, okay. Das war jetzt ein kleiner Stoß. Kleiner Kratzer. Das wird schon... Stimmt, ich habe etwas vergessen. Es gibt hier Leute, die reparieren dir... Ich glaube, bei jeder zweiten Season... Äh, Etappe... Reparieren dir dein Haus... Alter, was habe ich hier für eine Scheiße? Äh, reparieren die hier dein... 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 Das Auto hier. Wenn du einen Umfeld baust oder sowas, reparieren die das. Und die bleiben, glaube ich, so... 40 Etappen. Oh, jetzt gebe ich gerade ein bisschen Gas. Oh, das war zu riskant. Und Kuppel vielleicht Sprung. Das ist nicht zu riskant. Ich habe aber gerade auch nur Müll, ne? Rechts 6, 60. Weil das ist einfach nur... Ich habe einfach nur immer Müll. So, okay. Jetzt konzentriere mich. Ein bisschen aufs Spiegel. 4, rechts, 150. Ich hoffe, dass es jetzt nicht wieder ruckelt. Kleine Kuppel, links 6, lang, Kuppel. So. Sieht man gerade den Mauszeiger? 8, rechts, 3, macht zu. So. Hätte gerade sein können, dass man den Mauszeiger sehen könnte. Hätte. Hätte man können. Tun. So, hier kann man wieder ein bisschen Gas geben. Oh. Aber ich habe immer Angst, wenn ich Gas gebe. 6, 4, lang, macht auf. Und macht zu. Spielen. Dass hier wieder so ein Bär kommt. Äh, wenn man dann richtig rausfliegt. In rechts 4, lang, macht zu bis 3. Nicht schneiden. Genau sowas meinte ich. Weil genau sowas kostet uns 11 Sekunden. 11 Sekunden ist ganz schön viel. Vor allem für so ein Rally. Und links 5, 60. 11 Sekunden könnte ein ganzer Platz sein. Ach ja, ähm, genau. Ich weiß jetzt nicht, wie lange wir da spielen werden. Das spielen. Also der Rally. Und rechts 4, lang, nicht schneiden, bergauf. Oh, ein bisschen hier. Nicht so, ich fahre mal ganz schön knapp an der Krippe, ne? Sollte ich mir vielleicht abgewöhnen. So. Rechts 6 und links 600, bergauf. Ja, geht klar, Chef. Mach ich alles. So. Ich fahre hier ganz schön schnell die Orientierung. Alter, ich bremse immer so krass ab, ne? Rechts 5, lang. Aber für die Leute, ich hab jetzt schon... Also für die Leute, die jetzt denken, Alter, was ist das für ein Nu? Ich bin 6, Kuppe mittig halten. Ähm. 100, Kuppe 80. Äh, 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 äh. Ich bin jetzt nicht hier der Rally-Typ. Also ich mag das Rally jetzt nicht so... Achtung, rechts 2, halb lang. Ähm. Aber. Inkehre links. Aber, aber. Ich muss mir kurze Ausrede... Ich muss mir eine Ausrede anfangen lassen, warum ich so schlecht bin. Ich sag jetzt so, ich muss mich einspielen. Das sagen doch die meisten, oder? Rechts 4, nicht schneiden, mittig bleiben. Ich muss mich einspielen. Also, hallo? Nein, nein, nein! Und das ist nicht... Nein! Das war vom Ziel. Sorry. Ich hab ein bisschen... Sorry, dass ich euch jetzt erschrocken hab. Ähm. Immer noch 6. Platz. Warte mal. Wo sind die anderen denn? 4 Minuten 42. Alter, hab ich gekifft, oder? Oder... 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 Die anderen haben 3 Minuten 40. Der erste... Der... Äh... Der... Was ist das D? Der De Flores, oder wie der heißt. Okay, dann mach ich jetzt mal weiter. So, weiter. Weiter, weiter, weiter. Bis jetzt leckt es nichts. Das ist... Das ist eine gute Tatsache. So, die nächste Runde ist Grober Schrotter Schrotter, Schrotter Grober Grober Sagt mir grad nix Hat man festen Halt mit den Reifen? Ich weiß ja grad nicht, was wir für Reifen drauf haben Haben wir harte Reifen drauf? Zeitverbrauch Fahrzeug reparieren können wir hier zum Beispiel machen Aber, wir fahren so gut, dass wir fast nix reparieren müssen Also, hallo, da müssen wir nix reparieren Wir sind einfach zu gut Sorry Fahrzeugsetup Ah, hier Bremsballons Vorne Ich mach mal weiter hinten, oder? Ich hab keine Ahnung Ich kenn mich halt nicht so aus damit Die kurzen Lola Gänge Ich kenn mich halt damit noch nicht so aus, wisst ihr? Stoßdämpfen Stoßdämpfer Ich mach fest So Ich hoffe, dass ich jetzt die Geschlechteste gemacht habe Ähm, der Fahrzeug wurde nicht repariert Möchtest du es reparieren? Nein, möchte ich nicht Weil Unser Auto ist ja eigentlich recht heile Deswegen, warum soll ich das reparieren? Das ist doch heile Nein, nein, bitte nicht ruckeln Über 100 Wenn der Kamerad so ein Mini-Ruckel Habt ihr das gesehen? Naja, wahrscheinlich habt ihr das gesehen, ne? So, ähm Ich hoffe, dass ihr Spielsounds hört Wegen unsynchronen Also, es kann sein, dass der Spielsounds unsynchron ist mit dem Video Links 4, halb lang, hängt nach außen Oh, 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 shit Oh, oh, das war knapp Das war wirklich Ich muss sagen, dass mit dem Das, also die Griechenland-Strecken Die Namen, die ich nicht aussprechen kann Wie gefallen mir die Strecken, muss ich sagen Also Ich frag mich, was wir noch später Was mich später erwartet Oh, 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 das war zu schnell, das war zu schnell Obwohl, das war gar nicht zu schnell Das war Ich Achtung, mittig halten Über Puppelsprung und bremsen Links 1 So Okay, jetzt sagt mich Es rüffelt wieder Und rechts 1, halb lang Es kommen Kleine, kleine Mini-Ruckel Also, was heißt Ab und zu mal Aber das ist nicht so schlimm Wie das Gerade eben, oder? Also, gerade Was wir gerade hatten Das war ja ganz schlimm Im letzten Part So, und Wenn die Soundqualität Vom Mikrofon Beziehungsweise Von meiner Stimme Jetzt nicht die beste ist Beziehungsweise Wenn ich die ganze Zeit Ich sag jetzt mal Diese P-Laute hört Und Es manchmal Also ich manchmal etwas übersteuere Oh Es gibt ganz schön Gas gerade Ich will mich noch auffohlen Hier muss ich vielleicht abbremsen Und Kuppel Vielleicht Sprung Vielleicht Sprung Ach, das ist ja gut Rechts 5 lang Ich bin links 3 lang 60 Oh Oh Gott Rechts 3 Ich bin immer noch Die Frage Die Frage ist Ob ich mir mal ein Lenkrad kaufen soll Ich hab zwar ein Lenkrad Aber das ist noch so ein altes PS2 Lenkrad Das kann man auch am PC anfließen Das hat sie jetzt auch nicht so in sich Und Da könnte man sich doch mal So ein Logitech Lenkrad holen Ich hab gehört Die sollen gut sein Kommt sich doch mal eins holen Und dann auch noch ein bisschen Mit einer Mit einer Wheelcam Wo ich nur Das Lenkrad filme Rechts 6 Halblang Kuppel Ist ja doch mal ne Idee, oder? Könnt man ja machen Da könntet ihr auf der Facecam zum Beispiel sehen Ähm Wie ich das Lenkrad bewege Was vielleicht Manchen interessiert Und manche denken Alter, warum filmt er seine Hand Also dein Lenkrad Es ist leicht, als würde ich meinen Xbox 360 Controller jetzt filmen Ich hab noch einen PS2 Controller Für Für, für, für Ne PS3 Controller Ähm Für, für PC Rechts 2 lang nicht schneiden Kuppel 18 Aber damit ein Rennspiel spielen Ich glaub das ist noch schlechter Als mit einem Xbox 360 Controller Ich find so Was ist denn euer Lieblings Controller Ähm Also ich find Xbox 360 oder Also Xbox 360 Find ich bis jetzt am besten Bis jetzt noch nix besseres Also ich kenn nix besseres Ähm Also ich kenn keine besseren gerade Xbox Äh Xbox One Ja Keine Ahnung Der hat auch cooles Also ich find Die Xbox Controller Die Microsoft Controller auch Ähm Sind immer die besten So Playstation 3, 4 und sowas Ah das verstehe ich nicht Die sind ganz schlecht Find ich Also Was, was das halten heißt Also was Also wie sie Wie sie hält Ich weiß nicht wie es euch ist Ist es meine Positiv Ist es meine Meinung Ist es meine positive Meinung Oh Scheiße Nein Total Schaden Nein Nein Bitte nicht Total Schaden Gesamtschaden 89% Ach Wenn es sonst nix ist Alter Ich bin doch nur kurz gegen 5 4 3 2 1 1 Start Rechts 4 Über 100 Können wir nochmal auffahren Liebe Leute Von heute Yeah Ich freu mich richtig Bin richtig motiviert Aber jetzt kenn ich die Strecke ja schon ein bisschen 100 Durchsenke Da hab ich gesagt Dass ich sie mir merke Aber ich hoffe Puh Ich hoffe dass ich sie mir merke Rechts 4 Halbland Fängt nach außen 60 Okay Jetzt kennen wir die Strecke ja besser Mal gucken ob wir besser fahren Oder ob wir schlechter fahren Ich hoffe nicht dass wir schlechter fahren Weil die Stoffi sind gerade eigentlich recht gut gefahren Zumindest für meine Verhältnisse Fanden ich das eigentlich gut Jetzt gebe ich hier wieder Vollgas So Bin ich ein bisschen übervorsichtig Ich muss ein bisschen Innen fahren Ein bisschen mehr nach innen Oh aber nicht so weit nach innen Nicht so weit nach außen Oh So Nicht dass ich jetzt hier irgendwas kaputt fahre Also wieder Totalschaden Mr. Totalschaden ist wieder da Gewesen gerade Und rechts 3 lang Nicht schneiden Macht auf Überkuppeln Ich glaube ich muss noch ein bisschen Privat trainieren Für Dead Rally Stelle ich mir einen zweiten Account Und dann war's das Dann trainiere ich Und dann Sieht ihr nur noch Pro Gaming Gaming auf dem Kanal Das wäre ja wieder langweilig Weil es soll ja auch schon Eine gewisse Herausforderung Bieten das Spiel Und die seht ihr ja gerade Zum Beispiel der Totalschaden Nicht schneiden Kuppel vielleicht Sprung Ohne den Totalschaden Würde ich ja Wär es weniger Herausforderung Also allgemein Der Schaden Der Schadensmodell Ist auch einfach viel besser Und Kuppel vielleicht Sprung Vielleicht Sprung So hier konnte man glaube ich Noch ein bisschen Gas geben War das so Das war nicht so Oder doch war es schon so Rechts 3 Problem ist Wenn man Umso mehr Totalschäden Man hat Ähm Und umso mehr Schaden Man hat Allgemein Und auch So viele Fehler man macht Umso vorsichtiger wird man Und ich glaube manchmal Ist das auch ein Problem Weil man zu vorsichtig ist Ich gebe gerade mal nicht so viel Gas Rechts 4 lang Ich werde manchmal übermütig Links 1 halb lang Dann gebe ich noch 100% aufs Gas Oh 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 Rechts 6 halb lang Kuppel Machen wir mal halb lang So Rechts 6 halb lang 6 Mach 2 bis 4 Halb lang Halb lang halb lang Ah hier waren wir schon Und Kuppel Gegen das Mikrofon gekommen Sorry Rechts 5 halb lang Mach 2 bis 2 Nicht schneiden Ist zu weit außen Ich muss mal angewöhnen Bisschen mehr innen zu fahren Rechts 2 lang Nicht schneiden Kuppel Soll ich mir wirklich angewöhnen Mein Fahrstil ist jetzt auch nicht der beste Aber Links 5 lang Kuppel Vielleicht Sprung Vielleicht Sprung Okay Achtung Links 4 lang Mittig halten War das hier Das war hier oder Habe ich hier total schon gehabt Also nicht gerade Hier ungefähr so Gleich gerade hier so Weißt du Oh ich glaube hier war das sogar Aber man wird immer vorsichtiger Und man lernt aus Fehlern Das ist das Wichtigste Das muss jeder wissen Man lernt aus Man lernt aus Fehlern So verbessert man sich natürlich auch Oh nein Oh nein Das waren jetzt 14 Sekunden Aber bevor ich nochmal einen Totalschaden habe Also mein Gehirn hat auch schon einen Totalschaden Klar Aber ich will natürlich nicht noch mein Auto in Totalschaden haben Das wäre jetzt nicht so gut Das ist hier rutschig Ich mag das nicht Oh mein Gott Oh nein Oh nein Nein, 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 nein Nein, nein, nein Links 3 lang Nein, nein, nein Komm ich hier hoch Äh, Wagenzug setzen Wie viele Sekunden sind das? 15 Sekunden Ach du heilige Scheiße Oh das waren jetzt Eine halbe Minute haben wir jetzt verbraucht damit Nur weil wir zwei Kackfehler gemacht haben Jetzt sind wir schon bei 5 Minuten Wir waren gerade bei 4 Minuten am Anfang Heilige Maria, Alter Und ich schwitze hier auch gerade so im Raum Interessiert zwar den meisten zwar nicht Aber es ist hier gefühlte 1000 Grad So, ich sollte etwas ruhiger fahren, oder? Ich fahre manchmal ein bisschen zu brutal Ich fahre jetzt mal etwas ruhiger Mach vielleicht etwas weniger Fehler Weil Ich war knapp vorm Ziel Also ich hätte theoretisch nur 5 Minuten gebraucht Wenn ich die beiden Fehler nicht gemacht, ja Knapp 5 Minuten hätte ich gebraucht Also, ein bisschen mehr als 5 Minuten Damit sind wir ein Siebter Ja, ist ja ganz toll Hätten wir die beiden Fehler nicht gemacht Ich würde es am besten nochmal neu starten, ne? Wisse, aber Lassen wir es, ne? Dann mache ich das nächste Rennen Da haben wir die Season auch bald fertig Ja Ja, 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 ja So, Mittag Sonnig Ja, Sonne habe ich hier genug Vor allem, ich schwitze auch wegen dem PC Der PC ist gefühlte 1000 Grad heiß Okay, der CPU ist 40, 50 Grad heiß Die Grafikkarte 50, ne, 50 nicht, oder? 50, 60, ja Alles 50, 60 Grad heiß, Alter Das ist fast Oh Ich bin sehr krass gegen das Mikrofon gekommen Sorry Ähm, ja Ja, vielleicht soll ich mal weiter drücken Das wäre mal so eine Idee 5 4 2 1 1 So So Ich bin jetzt Ich bin jetzt in dieser Etappe Wenn ich mal etwas ruhig Ich will die letzte Etappe nochmal Vielleicht meinen Platz retten Also, keinen Fehler machen Also, fast kein Fehler Fehler werde ich sowieso machen Das war schon beispielsweise ein Fehler Boah, da labert mich immer mit so viel Scheiße voll Machen wir es nochmal Ich will ja jetzt nicht irgendwie komplett verkacken Könnt ihr vielleicht auch verstehen Weil jetzt Ich mache jetzt das, was ich gerade eben gesagt habe Ruhiger fahren Aber was auch vor allem schwer ist Sich konzentrieren Auf das Spiel achten Das ist halt das Also, man muss ja auch noch kommentieren halt Das ist das Problem Das ist halt so der Schwerpunkt Natürlich, wenn man Let's Play etwas länger macht Dann lernt man das natürlich auch Aber man spricht einfach Müll Wie ich Ah, wisst ihr Ich rede irgendwas, um irgendwas zu sagen In Rennspielen Ich mache ja Let's Play schon etwas Scheiße Ich muss nochmal neu standen Ich will nicht Ich habe gesagt, ich will fehlerfrei fahren Beziehungsweise versuchen fehlerfrei zu fahren Dafür will ich ruhiger fahren Aber wenn ich irgendwie Nicht hin Dass ich hinkriege Bin ich ganz schön gestört Und ich habe nichts gegen gestörte Das habe ich jetzt einfach so zu mir gesagt In Achtung, rechts 2 lang, mittig halten 170 So Achtung, Sprung, rechts 5 Mach zu, nicht schneiden Links 6 In links 6 lang, 80 über Welle So, ich muss mich jetzt einfach konzentrieren hier Ich will nämlich nicht gegen Felsen und Leitplanken fahren Alter Nein Oh Mann Was soll das denn? Da sind immer so kleine Steinchen Kleiner Kieselstein Dann fliegst du auf die Fresse Mit dem Mini Cooper S hier Mit 670 Kilo Fliegst du wegen Kleinen kleinen Kieselstein hin Rechts halten, über Kuppel Links 4 lang In Achtung, rechts 2 lang, mittig halten 170 Ich muss es vielleicht nochmal lernen, mittig zu bleiben Das wäre vielleicht so eine Idee Achtung, Sprung, rechts 5 Mach zu, nicht schneiden Links 6 In links 6 lang, 80 über Welle Weil man knallt immer gegen Felsen, wenn man nicht mittig bleibt Rechts 6 Guckt er, schlägt mir sogar zu Rechts 6 Rechts 5, macht zu, nicht schneiden Achtung, links 2, verängst du Und rutschig, mittig halten Ich muss mich immer mittig halten Links 6, 60, Kuppel, Sprung Und links halten, über Kuppel Achtung, Kuppel, rechts 6 Mach zu, bis 5, verängst du So, ich bin jetzt etwas ruhiger Ich muss mich jetzt konzentrieren Ich will jetzt auch mal hier Mal einen Platz retten Wie ich ja gerade schon gesagt habe Ich mach's einfach nur nicht Dabei sollte ich mal nachdenken Nicht zu langsam zu fahren In rechts 6 So In Kuppel, vielleicht Sprung, 60 Links halten, über Kuppel Rechts 6 lang In links 6 So, ein bisschen Concentration Und rechts 2, halb lang, nicht schneiden Links 3 lang Rechts halten, über Kuppel, 80 Wenn ich ehrlich bin Der Typ, der mir die ganze Zeit sagt Hier, 80 Grad Die Videos da langfahren Links, rechts, da Ich bin ehrlich Ich, äh So schnell wie er das sagt Kriege ich das gar nicht mit Also manchmal, okay Jetzt ein Sprung Links, okay Merke ich mir natürlich Aber so schnell Kriege ich das gar nicht mit 150 Beziehungsweise ich nehme das gar nicht richtig wahr So schnell links, rechts zu machen Achtung, rechts halten, über Kuppel Vielleicht Sprung, über Kreuzung Links 4, halb lang, nicht schneiden Links, rechts, wo muss ich denn lang Jetzt hier so Bei diesen, äh Wo diese Absperrungen sind Da komme ich immer zu Da, da komme ich immer Da würde ich, damit ich mal voll verwirrt Links 6, über Welle Verhängt sich, mittig bleiben 60 Links 6, halb lang Und rechts 5, nicht schneiden Bitte keinen Fehler machen Bitte keinen Fehler Nicht gegen Felsen oder sonstiges Nein Rechts 5, halb lang 80 Links, halb lang Leitplanken sind auch nicht, mein Freund Und rechts 1, lang Wir hätten jetzt vielleicht ein Leben Aber Links 6 Sind die Bremsen mit mir kaputt oder so Links 4, halb lang 60, über Kuppel vielleicht Sprung Links 6 Oh, das war knapp Links 1, lang Gucke Links 5 Rechts 4, durchsenke Nicht schneiden Okay Wenn ich eine Zeit lang sage Dann komme ich mir so Denke ich immer so Ich muss jetzt was sagen Ich muss jetzt was sagen Ich muss jetzt was sagen Ich muss immer irgendwas sagen Rechts 2, halb lang Und rechts 6 Links 6, 130 So, ich konzentriere mich wie gesagt Deswegen bin ich jetzt etwas ruhiger War ich hier gerade eben schon? Das sieht ja fast gleich aus Rechts 4, nicht schneiden Vor 3 Minuten schon, okay Hm Und links 5, lang Überkreuzung Ich hoffe, vielleicht ist das Ziel da Rechts 6 Links 6 Achtung, 100 Links halten, über Kuppel Rechts 4, lang Nicht schneiden In Achtung, links 6 Kuppel vielleicht Sprung Oh, bitte kein Sprung Ich mag Sprung nicht Wobei Sprung sieht dann mal ganz cool aus Aber Rechts 6 Links 6 Und links 4, halb lang Hier könnt ihr mal eure Meinung Zu Dirt Rally Ähm, reinschreiben Und Was ich ein bisschen blöd finde Ich dachte, bei Dirt Rally Wird vielleicht eine neue Engine verwendet Und so Naja, grafisch hat sich natürlich nicht verbessert Hat sich nicht Hat sich kaum was verbessert Ähm Außer die Lichteffekte sind ganz cool gemacht Verbessert Aber sonst ist die gleiche Engine verwendet worden Alles ist gleich an sich Halt das Layout Des Menüs und sowas ist anders Aber das ändert ja jetzt nicht Den Spielspaß Ja Da ist zu uns klar Oh, hier nochmal so lang Links halten, über kleine Kuppel 60 Rechts halten, über Kuppel Das Ziel Und achtung links 6 Hab die ganze Zeit so im Kopf Oh, Ziel, 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 Ziel Ich brauch das Ziel, 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 Ziel Oh mein Gott 80 Rechts 4, verengt sich Bitte nicht verengt Hm Links 5, halb lang 80 Kuppel Rechts 6 lang und links 6 So Wir sind glaube ich gleich am Ziel, hoffe ich Links 1 Kann nur hoffen Ich hab ein bisschen zu stark abgebremst Hab ich recht, oder hab ich recht? Rechts 1 lang, 80 Ich bremse immer zu stark ab, hab ich das Gefühl Aber das ist auch wirklich so Links 5, nicht schneiden Rechts 4, über 80, über Kuppel Rechts 6 In links 3 Und rechts 4, halb lang Ja, halb lang, mach mal halb lang Und links 4 Dann wird's, wird nie alt Dann wird's, wird alt Und ist auch nicht lustig Aber Brottsö Ja, das Ziel Wo ist Ziel? Ziel, ja, da kann ich durchrasen Ja Einzige mir noch so ein Fehler Ja, ihr wird abgeschlossen Ja Oh, ja Cool Rauf sieht schon cool aus Wir sind 5. Mit dem Rennen Wir haben schon was Also, wir haben Ich hab mich wirklich deutlich verbessert Find ich Ähm Äh, dann mach ich jetzt mal weiter Insgesamt sind wir auch Fünfter geworden, ne? Das ist doch ganz cool Mini Cooper S Der Mini Cooper S, find ich Ich sag jetzt mal kurz meine Meinung Zu dem Mini Cooper S Ich find der Mini Cooper S Fährt sich gut Ist, ist ja Ähm Also, ich sitz zwar jetzt nicht im Auto drin Aber ich find der Fährt sich gut Äh So, für den Pfff So Pfff So Ich find der Fährt sich gut Wir sind Event 1 von 3 Es gibt noch 2 Events Nein Bitte nicht Aber in Griechenland Macht Griechenland macht Spaß Also, die Rennstrecken sind ganz cool Die gefallen mir Ähm Preise Ja, hab erstmal Schluck auf Fünfter Platz belegt 13.500 Credits Hier ist ja die Währung Ähm Bla, bla, bla Reparaturkosten Sind fast 3.000 Credits Ja, haben wir 10.000 Credits gemacht Damit kann man leben, ne? Ist jetzt nicht viel Äh Wenn man sich mal so guckt Ähm Wie viele Autos es gibt Also, es gibt ja recht viel Also, bis jetzt sind noch nicht alle Autos rausgekommen Es gibt ja noch Es gibt ja später noch mehrere Autos Wir können aber ganz kurz gucken Was es noch für Autos gibt Ich wollte jetzt eigentlich nicht Äh In das nächste Rennen Ich hätte dafür glaube ich X zurückdrücken müssen Ja, äh Wir gehen noch ganz kurz gucken Äh Was es so für Autos gibt Und Ich hoffe, dass wir Also, wir werden sehr wahrscheinlich Für jedes Event Kriegen wir wahrscheinlich immer mehr Geld Oder wir werden Oder ist die Preis Oder ist der Preis immer gleich Äh Speichern noch zurück Möchtest du wirklich speichern und beenden? Ja Ich hoffe, der macht jetzt nicht das Spiel damit Ähm Ähm Meisterschaften Garage Garage Machen wir mal hier Wieder so ein Mini Aber 650.000 Credits Ach, du heilige Scheiße Sechsgang Modell Tatsächlich sogar Allradantrieb Ich weiß nicht Allrad ist doch ganz gut eigentlich So für Ich weiß nicht Ich weiß nicht Allrad Ist Allrad gut für Rally? Ich hab keine Ahnung Ich kenn mich damit nicht so aus So Aber es gibt ja später noch mehr Autos Aber warte mal Ich möchte unbedingt ein BMW Für 110.000 Könnte man sich ja irgendwann mal holen Ich mein, der hat ja schon einige sein Leistung Der hat das Doppelte an Leistung von BMW Mini Cooper S Ähm Der hier Der hat ja ein bisschen mehr Power Ne Aber Upgrades Eins von drei Ich will mal ganz kurz gucken Was es so für Upgrades gibt Äh Wo kann man das denn nachgucken? Profil Profil Ich bin jetzt ja noch Fahrerstatistiken Wir haben schon 28 Kilometer zurückgelegt Doch es ist schon Höchstgeschwindigkeit 135 kmh Ähm Man kann auch ein Individuelles Event machen Genau Ich wollte mal ganz kurz was gucken Ähm Upgrades Da Upgrades Anzeigen Motor Upgrade Motor Upgrade Mach das automatisch Oder wie? Ich hab keine Ahnung Wie die das machen Wie das gemacht wird hier Äh Schnellauswahl Menü Okay Ähm Lackierungen Oh wie nimmt das mal? Oder das sieht doch so Hippie aus Das passt zu mir In die Cooper S Finde ich Ja das passt eigentlich sehr Oder? Oder wie findet ihr das? Ich find's ganz gut Lackierungen 4 von 7 Es gibt 7 Lackierungen Da kann man sich Keine Lackierungen angucken Wäre cool Wenn man sich von anderen Autos Schon die Lackierungen Angucken könnte Naja Ich würde an dieser Stelle sagen Ich bin jetzt hier mal Den Part Ich bin nämlich ganz schön Heiser gerade Dann sehen wir uns Im nächsten Part von Dirt Rallye Und wir werden dann mal die Ähm Karriere weiterspielen Vielleicht machen wir auch mal Ein individuelles Spiel Oder machen wir Ligen Liga Ja keine Ahnung Oder wir sparen uns Ein neues Auto zusammen Und ähm Ja Wir sehen uns im nächsten Part Ciao Mit V Hoho 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 Hoho